Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Southparks, zusammen mit Let's Go, Odi. Wir müssen zur Schule. Wuii! Ne, müssen wir nicht. Wir müssen bei Freedom. Wir müssen zur Token. Ist das nicht, dass wir zur Schule müssen? Ja, irgendwelche Sonderschule, irgendwas Ding, ich weiß es auch nicht mehr genau. Hi Stan. Hi Stan, aber wir müssen zur Token. Fuck you. Spaz. Junge, diese Übersetzung, die macht mir echt komisch. Nichts. Abzutoken. Lol, die, 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 hä? Hä? Was? Warte mal, da sind wir... Äh, das war schon mal natürlich wieder die. Hey, du. Ist der irgendwie heil? Äh, der guckt nicht gesund. Ne, nicht wirklich. Psyops-Anzug. Kannst du die Schuhe darunter schießen? Komm, Wismans. Hey, da glitzern sie schon! Ja. Okay. Das ist hier unten. Nice. Chaos ist ready to rumble. Oh Gott, pass auf! Haha, wie sie einfach da stehen. Okay, gut. Stan, ich muss dich mal kurz aus deiner Garage holen. Das ist auch der. Du weißt, was du mit dem Stern. Ah, ja, das ist gut. Ehhh. Thank you. Ah, ja, alles gut. Loli, das ist der letzte! Ah, Warte, ich muss mich wieder aufmachen! muten muten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es hat uns auf jeden Fall nur noch einer gefehlt ja, vielleicht gibt es noch mehr jetzt sollten wir wirklich alle haben, wir waren ja schon überall ganz ich bin doch vor dir, Alter ah, warte, ja, gut ah, so das ist where their secret door is ha, they think they can stop Professor Chaos with their terminal thinking I can hack anything ich hab von hier hinten, alter oh, er hat sich aufgelöst den bin ich mir gee whiz, would you look at this wow, now this is a superhero base holy smoke, they got a training room and computers and lights well, this beats the crap out of Coons Base, huh, new kid gee, I can play here every day what are you doing here? oh, hey, uh, hey Mysterion well, we were just hoping to speak with Dr. Timothy why? ah, the new kid wants to switch franchises and I told him I'd help hey, new kid thought you might end up here they're here to spy on what Timothy is working on I see, we rip him to shreds calm down, everyone let's hear what they have to say oh, god, it's him this is a fairly shocking change of heart for you, Professor you really wish to help the new kid switch franchises? well, yeah you know, we just thought that you know, your franchise seems a lot more open and progressive but, you know, we just thought he should switch because Coon and Friends, and isn't going anywhere oh, god, see, the new kid came to me and said how do I quit Coon and Friends? and said, I hate Coon and Friends I decided to help him out you get anything? the aluminum foil on his helmet seems to be blocking my abilities don't trust them, Doc they can't see what you've been working on back there what if the new kid really wants to switch? we can see if the new kid's intentions are pure we're sending Tupperware on a very important mission today you can help him with that mission I don't need backup especially not a noob easy, Tupper remember the Freedom Pals motto yeah, retribution, but with inclusion I'll send you the details on the mission when you get there, we can begin in the meantime, I must get back to my work hey new kid, we've got that counseling appointment with Mr. Mackie oh, noiii that's come huh, that's all nice get the fuck yeah, huh lol Was ist das für eine CD? Astralklopfer. Okay. Ja, das ist um einiges besser als Cool & Friends würde ich sagen. Ja, was Cool & Friends hat... Was ist Kito? Echt so? Wenn wir die Möglichkeit haben... LOL! Wenn wir die Möglichkeit haben, zu wechseln, dann müssen wir bleiben. Weiper-Augen? Die will ich haben. Sie werden bei uns nicht. Sie werden bei uns nicht. Ich weiß auch, ich wollte sie trotzdem haben. Ah, ah, Patsuri! Was? Wie weit ist das für ein Arsch? LOL! Ja, Computer-Schoner! Das ist... Ja. Was ist da drin? Das ist eine Sparte. Okay. Oh nein, ich will nicht wieder in die Schule. Entweder zur Schule oder zum Seniorenheim. Was war denn beim Seniorenheim? Die Aufgabe mit Token! Ah ja, stimmt. Ja, Seniorenheim liegt näher, komm. Wir müssen einfach nicht, wir müssen einfach Craig nicht helfen. Wir müssen einfach mal aufpassen. Wir müssen einfach mal aufpassen. Der Sicherheitstyp war wieder da. Nein. Hey! Nein, ist ein anderer. Party in der Evidenz-Locker, nachdem wir diesen Vigilante nacken. Nein. Ah, komm. Wie denn schwiegt das? Die haben wir schon! Nein! Ja, ich weiß! Das ist eine sehr wichtige Mission. Sind Sie sicher, dass du da bist? Wir haben eine Foto... ähm... verauftet. Wir sind hier für die Gemeinschaft. Oh, wunderbar, alle! Einige der lokalen Kinder sind hier, um uns zu singen. Ich liebe dich, mein Triangle, mein Triangle geht. Ich liebe dich, mein Triangle, mein Triangle geht. Oh Manns! Das war'snsinnig. Ich liebe dich, die Leute, das wie schon Politics zu machen! Ich liebe dich, mein Triangle geht. Ich liebe dich, anh 맛있는 Inst쿵 nach ihm zu hören. I uni unsere Mandosten entspann dich, mein Mandoliner geht. Ich liebe dich, mein Clubs erinnerst. Alter. Ha, wir grinsen! I love to play my flugelhorn, my flugelhorn goes. My flugelhorn. Flugelhorn! Wait. Yeah. Oh. It's disgusting. And it makes me smile. I'm going to grin, man. I'm going to try it. Oh, suddenly? I'm going to try it. I'm going to try it. It's the farting vigilante from the news. Heh. That's the kid going around taking out all the drugs in town. The vigilante wants to take our poker set. What? What? Um, hatten wir nicht als... Um... Kryptonit als Menschen? NEIN! Ich glaube, wir haben ein Problem. We gotta get to the exit, fellow freedom pals! Lol, also... Was? Du musst nicht kommen! Du musst schauen, dass du irgendwie auf die andere Seite kommst, ohne zu sterben! NEIN! NEIN! Oh, fuck. What's he doing now? Good news, everybody! I'm shielded! Okay, bye! You're all welcome! What's happening? What's happening? What's happening? What's happening? It's too much! I don't know what the guy wants! Freeze, Omi! Die! Alter! Ich bin so überfreundet, Alter, der kopf! Das kann der! Ja, gut, mach einen verrückenden Angriff! Lass nicht schauen, dass der kackt! Ja, da sind doch genug Gegner! Da kommen auch immer mehr um, umso mehr wir töten! Einfach schauen, dass wir irgendwie wir töten! Ja! das ist ich habe das irgendwie zu denen gehört hat es jetzt auch nur wegen uns zu denen verstehst du nicht ich glaube dass er bewusst so jetzt gerade dabei ist ich war ein offensiver geschützturm die plätze mit irgendjemandem und erhalte schutz das ist vielleicht gar nicht schlecht du kannst nicht meine Bingo-Hände aufbauen oh Gott oh wie geil was sie ist verwirrt? wieso kannst du uns trotzdem angriffen? ich war früher mal noch nie witz wir kommen nicht vor das schaffen wir schon ja weg mit dem komm oh scheiße wir schaffen es doch durch alter er kann freezen echt eine weite entfernung und schocken kann er auch noch schocken ist auch gut sagen wir schocken die alten Männer ich habe mich verdrückt ich hoffe das reicht schlag sie schlag sie ich schlag so schnell wie ich kann ja toll und die kill den jetzt auch fast wir müssen doch hoffen dass irgendeine superattacke ganz groß ist tweak oder aber können wir nicht alle schocken und freezen können wir ja das macht wirklich nicht zu viel damage du Chaos will ich jetzt nicht nehmen ne aber ich kann euch mal auslöschen also du gehst mir jetzt auf den Senkel alter erstmal die von hinten weg machen ja token kann du bist doch sicher voll der babbo token hat sicher was gutes was soll ich verarschen oh der wird in so einem super tupper mech mk3 was sollen wir dort machen ich weiß nicht ob das so gut ist aber ich weiß nicht ob butters noch eine runde äh butters sag ich tweak noch eine runde überlebt oh damn das ist safe nicht alter oder wir ha.. oder wir ha.. ja der heilige mal ähm gibt's noch eine berühmte oder so ne wo ist er denn wo gehst du dir wir kommen nicht zu ihm als ob du ihm das nicht von überall geben kannst das sollen die scheiße ach ne so jetzt aber du brauchst ihn nicht wiederbelebt ja eben das ist das Problem aber wir können ihm nichts geben dann doch die supertacken von ihm ja oder wir nehmen unsere her um alle einen Zug zu klauen ja ich wusste ich sollte ich in die kleine Mädchen zu kommen bevor wir angefangen haben kann ich auch machen was ist das für ein Haus aus ein Healer ja der tauschtplätze ok tauschtplätze der blockt verarsch mich nicht wir können niemals alle erwischen wir müssen erstmal irgendwie nach vorne kommen aber wir könnten schauen was Treak hat ach wir könnten die doch jetzt wir können den doch jetzt safe irgendwie halten oder wenn du jetzt nach unten gehen kannst ja ähm hättest du anderes besser der käsidia wir möchten geben ja los nimm die käsidia trick jeden treffen Also den ganz vor dann. Ja, komm. Was hast du denn? Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schau auf den einen. Sie liegen da. Nein! Was ist das? Nein! Oh mein Gott, wir sind sowas schon tot. Okay. Wir müssen uns noch irgendwie dahinter kommen. Wir selbst. Wir sind komplett. Alter. Nein! Alter. Aber das ist eigentlich seine Mission. Eigentlich. Was geht so? Nein! Nein! Was haben wir jetzt gewonnen? We made it! Als ob wir jetzt so gewonnen haben! Ja! Ja! Ja, geil! 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 Ja! 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 Na, ja! Ja! Attention all Kuhn-Friends! Report to the Kuhn-Lair! We know now what the Freedom Pals know! All Kuhn-Friends to the Kuhn-Lair! Great work, Buttlord!